Hallo bei der Wanderimkerei Kolbe. Ich denke, das ist jetzt so wahrscheinlich das wichtigste Video vom ganzen Jahr. Deswegen bitte ich euch auch wirklich da zuzuhören und zu gucken, das für euch selber zu überdenken, wie ihr das bei euch lösen könnt. Und wir sind jetzt hier im, ja sagen wir mal Spätsommer. Die Tracht ist eigentlich durch. Also hier ist die Linde durch. Es kommt immer noch eine Leppertracht. Aber es waren jetzt auch drei, vier Tage schlechtes Wetter. Und ich sage ja immer, die Drohnen werden auch langsam abgetrieben. Und jetzt ist eigentlich so die Situation, wo ich sage, ich will jetzt unbedingt irgendwie in irgendeiner Weise eine Brutunterbrechung haben, dass ich eben gut an die Möben rankomme, weil wir werden das jetzt auch gleich sehen. Die Brutnester sind relativ schon auseinandergezerrt, zerlöchert. Der Varroa-Druck ist teilweise extrem. Also hier ist jetzt zum Beispiel auch ein Volk, das hat umgeweiset, wahrscheinlich in einer schwierigen Phase. Und hat jetzt hier extrem viel Varroa-Druck. Und eigentlich untypisch für die Völker, wie wir sie jetzt durchgearbeitet haben. Wir haben gestern schon 60 Völker gemacht. Da war nicht ein einziges dabei, was so einen Druck hat. Vielleicht ist das auch mit einem extrem hohen Varroa-Druck im Frühjahr reingekommen. Oder, 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 ist auch egal. Ich will euch jetzt einfach nur mal an eigentlich den schlechtesten Beispiel zeigen, was man macht und warum es jetzt auch unbedingt wichtig ist, dass man die Reißleine zieht und das jetzt nicht zum Überkochen bringt. Weil eigentlich, wenn ihr jetzt mal guckt, vom Optischen her sieht das Volk eigentlich wirklich gesund aus. Sitzt noch relativ voll. Auch der Honigraum ist noch relativ gut besetzt mit Bienen. Und rein optisch, vom Weiten würde ich jetzt sagen, hier passiert jetzt erstmal so die nächsten Tage nichts. Aber wir gucken uns jetzt wirklich mal die Brutwaben an und gucken mal ein bisschen tiefer rein. Und das ist einfach das, da möchte ich euch jetzt eigentlich auch mitnehmen, ums Auge ein bisschen zu schulen. Man sieht jetzt hier, die Königin hat, warte mal, wo war jetzt die Königin, die war jetzt da drauf, ne? Ja, wie ihr seht, jetzt ist alles noch möglich. Die Bienen sehen zum größten Teil noch relativ gesund aus. Da oben ist die Königin. Ja, eigentlich ein schönes Tier, hat auch noch wirklich Kraft. Aber irgendwann ist die Kurve eben so hoch, dass sie es eben selber nicht mehr schafft. Ja, Futterversorgung ist auch noch relativ gut. Die kriegen jetzt natürlich aber auch gleich einen Futterstrom. Die drücke ich jetzt auch runter von dem Honigraum, dass die wirklich unten auch eine gute Bruttemperatur haben. Ja, wie ihr seht, öffnen können sie auch. Aber das machen sie meist oft, wenn sie ein hoher Bruttemperatur haben. Ihr seht, hier an der Biene ist schon eine Varroa dran. Hier machen sie jetzt schon Zellen auf. Hier auch. Eigentlich muss man sagen, noch für diese hohe Belastung, die sie von der Varroa hat. Hier ist auch eine Varroa auf der Biene, wenn man sie schon sieht. Ich sage immer, es ist wie mit Ratten. Wenn eine Ratte siehst, hast du wenigstens 100 auf dem Hof. Und hier sieht man auch, also öffnen tun sie, erkennen tun sie schon. Aber wenn der Druck eben zu hoch ist, kommen sie eben dagegen nicht an. Ich hatte jetzt ja auch schon irgendwo... Hier auch. Man sieht das auch schon, die Bienen gehen dann... Da ist auch wieder eine drauf. Die Bienen gehen dann hier rein und haben eigentlich schon fast die Kraft, gar nicht mehr, um rauszukommen. Man sieht rein optisch, sieht man der Biene jetzt so eigentlich nichts anderes. Man sieht verkürzten Hinterleib. Die Biene ist recht taumelig. Also da fehlt es schon an der Substanz. Hier haben wir schon die ersten Flügellosen. Also wenn man richtig reinguckt, eigentlich ein sehr schönes Volk. Aber das ist schon wirklich an der Kippgrenze. Also wenn das jetzt hier nicht die Reißleine gezogen wird, dann hat dieses Volk keine Chance. Also wenn ich jetzt hier um 14 Tage komme, 3 Wochen und noch so einen schlechten Brutsatz durchlasse, dann ist es komplett verloren. So, jetzt aber eigentlich zu der Hauptsache des Videos. Was mache ich jetzt in so einem Video? Ich nehme die zwei stärkst verdeckten Brutwaben raus. Das wäre die, die ich jetzt hier schon im Ablegerkasten habe. Und die jetzt noch mit dazu gucke. Die andere ist besser. Genau. Ja, und nehme die stärkst verdeckten Brutwaben raus. In so einen Ableger rein. Mit der Königin. Gebe eine Mittelwand dazu. Kann jetzt hier quasi sogar zwei Königinnen parken. Da schlüpfe jetzt unwahrscheinlich Jungbienen. Dass der Kasten richtig voll ist. Aber ich weiß ja, ich nehme jetzt die meisten Varonen mit rüber. Und tue die jetzt auch gleich Oxalsäureblock behandeln. Und gleich auffüttern. Dass die die eine Mittelwand... Können sie ja mal demonstrativ reinmachen. Dann bauen die diese Mittelwand auch relativ schnell aus. Und dann möchte ich mal schnell erklären, was eigentlich die Philosophie dabei ist. Was passiert. In den Kasten schlüpfen jetzt relativ schnell die ganze verdeckerte Brut. Die Königin legt jetzt auf den Altwaben nochmal schön durch. Kann auch wenig weg. Macht dadurch nochmal ein sehr konzentriertes... Dann hat man die Phase, dass sehr viele Jungbienen geschlüpft sind. Sehr, sehr viel offene, frische Brut ist. Und wenn ich dann mit meiner Behandlung komme, habe ich hier so, wenn ich jetzt anfange und das die nächsten 14 Tage durchziehe, habe ich in dieser Phase auf jeden Fall so ein, zwei Tage, wo ich ganz, ganz wenig verdeckelte Brut habe. Und an die Möben relativ stark drankomme. Und zumindest für diesen Ableger die Möben-Population so weit runterdrücke, dass der eigentlich vernünftig über den Winter kommt. Bei dem Wirtschaftsvolk habe ich jetzt folgende Situation. Und damit ist der Ableger auch erledigt. Den Ableger nehme ich jetzt einfach nur auf dem anderen Stand. Da ist ja schon eine Königin drin. Den tue ich nur noch kontinuierlich auffüttern. Und gucke, dass ich in den nächsten 14 Tagen, den habe ich dann recht eng bei mir am Haus, dass ich in den nächsten 14 Tagen eine sehr gute Varroa-Behandlung mache. Und dann ist der Ableger gerettet. Und bei dem Vollvolk habe ich ja jetzt hier quasi noch die gesamte Substanz. Ich habe die ganzen noch einigermaßen guten Bienen. Doch noch ein bisschen was, was einigermaßen vernünftig schlüpft. Eine relativ gute Futterversorgung, sitzen auch noch schön zusammen. Und die ziehen jetzt natürlich eine Weißerzelle. Und hier warte ich jetzt genau eine Woche, weil nach sieben Tagen kann man das machen. Und dann habe ich immer noch so ein, zwei Tage Puffer bevor eine Königin. Ja, also normalerweise am neunten Tag, aber am neunten Tag muss ich auf dem Stich da sein. So mache ich eigentlich immer eine Woche. Bin eigentlich nach einer Woche da. Und wenn da mal irgendwas passiert, weil ich den einen Tag nicht kann, habe ich immer noch zwei Tage Luft, bevor eine Königin schlüpft. Was mache ich dann in einer Woche? Dann nehme ich euch dann auch wieder mit. Stoße die ganzen Brutwaben ab. Breche die einzelnen Zellen. Und habe dann auch eine ganze Reihe von Jungköniginnen mit dabei, wo ich dann auch sofort eine Jungkönigin einweisen kann. Was habe ich dabei erreicht? Ich habe eine Woche lang, wo keine frische Brut kommt, wo nur schlüpfende Brut ist, wo die Bienen sich trotz Pflegebienen aber erholen können für den neuen Brutsatz. Nach einer Woche bringe ich eine neue Königin. Die braucht ein, zwei Tage, bis sie rausgefressen ist. Ein, zwei Tage, bis sie angefüttert ist. Also nach drei Tagen, vier Tagen wird die erst richtig in Eilage gehen. Und dann habe ich ja auch das Eistadium, die Laufenstadium. Und dann wird es ja erst nach fünf, sechs Tagen verdeckelt. Und da habe ich auch wirklich eine relativ starke Brutfreiheit in den Völkern. Aber im Gegensatz zu, man sieht das jetzt hier an dem Volk sehr schön, im Gegensatz zu einer totalen Brutentnahme, habe ich jetzt hier natürlich unwahrscheinlich viele schöne Altwaben. Wo Futterversorgung drauf ist, wo eine Pollenversorgung drauf ist. Auf so einer Altwabe stiftet die Königin viel, viel lieber. Und den Raum lasse ich mir jetzt auch frei zum Abschlagen, wenn ich dann die Zellen breche. Und den fülle ich dann natürlich, werden wir dann auch sehen, fülle ich dann schön auf mit Mittelwänden und tue sie dann auch schön kontinuierlich einfüttern. Und somit habe ich auch hier, und behandeln, auch Blockbehandlung Oxalsäure. Und somit habe ich auch hier in dem Bienenvolk relativ schönen Zeitraum, wo sehr wenig Brut verdeckelt ist, wo die Wölben alle da sind und wo die Bienen, die da sind, nochmal eine neue Chance haben, um das Volk vernünftig aufzubauen. Und ich habe das Vorstjahr mit sehr vielen Völkern probiert, so um die 150 habe ich in Bannwabentaschen gesteckt, musste aber jedes Mal auch die Wabentaschen reinbauen, wieder rausbauen, musste dann auch wieder diese zwei Waben versorgen. Und so ist das eigentlich ein schönes System. Ich bin einmal dran, habe den Ableger, den ich kontinuierlich schön aufbauen kann. Hier weise ich nach einer Woche den gesamten Stand dann auch gleich um, habe das fürs Frühjahr dann schon fertig, dass die Königin im Frühjahr auf eigenen Bienen schon mal stehen. Züchterisch für mich, für die Bewertung auch wunderbar. Und ich finde, das ist ein Verfahren, wo ich relativ sicher bin, die Möbenbehandlung ist wirksam. Und vor allen Dingen, ich habe nächstes Jahr im Frühjahr langlebige, starke, robuste Bienen, gerade bei diesen langen, zähen Frühjahren, die wir jetzt die letzten Jahre hatten, ist das eine unwahrscheinlich schöne Geschichte. Ja, grundsätzlich sind wir jetzt hier eigentlich fertig. Die Königin ist da drüben, die zwei stärkst verdeckelsten Brutwaben sind da drüben. Ich habe jetzt hier eine Basis, wo sie die Zellen ziehen können. Bin dann auch ganz sauber nach einer Woche, wenn ich die runterbreche, dass die Königin auch definitiv angenommen wird. Und somit ist eigentlich alles schön. Selbst dieses stark verseuchte Volk, sage ich jetzt mal, hat dann jetzt immer noch eine Chance. Und wie gesagt, wir sind jetzt hier Mitte Juli. Das Volk hat jetzt hier noch locker drei Brutsätze Zeit, um sich zu regenerieren, wenn die neue Königin drin ist. Und natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, eine neue Königin ist auch immer ein neuer Motor. Ja, und die tut dann auch wieder sehr kompakt, weil die Varroa-Spitze dann ja auch weg ist durch die Behandlung, tut dann auch wieder sehr kompakt in der Mitte anfangen zu brüten, hat dann auch wieder eine gute Brutnest-Temperatur, macht wieder langlebigere Bienen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, im Gegensatz zum Punzschwarm, wenn ich jetzt komplette Brutentnahme mache, hat die auch ein schönes Umfeld. Wie wenn ein Schwarm rausgeht quasi und die Jungkönigin kommt. Und warum mache ich keine komplette Brutentnahme? Können wir auch gleich besprechen. Ich habe das gemacht. Komplett alles raus, nur Mittelwände rein, vielleicht ein, zwei Randwaben noch gelassen. Aber die Bienen müssen unwahrscheinlich viel bauen. Sie machen nur einen Rand von Futter, was sie eintragen können, was sie schaffen zu bauen. Und dann machen sie nur eine Bruttraube, was sie auch schaffen können zu wärmen. Und dann bleibt das Volk, das hat es nach einer Woche spätestens 14 Tagen erreicht. Und dann bleibt das Volk 14 Tage, drei Wochen stehen. Auf dem Stand, was es ist, passiert nichts. Weil es kann sich ja nicht erweitern. Die Temperaturkurve, der Temperaturrahmen ist ausgeschöpft. Und nach drei Wochen schlüpfen dann die ersten Jungbienen. Und mit den Schlüpfen der Jungbienen tun die dann wieder das Gleiche, weil die Altbienen dann weg sind, die Temperatur sogar eher noch schlecht ist, tun die die Temperaturkurve quasi wieder aufbauen. Meist immer genau das Gleiche, was sie auch vorher hatten. Und dann kommt nochmal ein Brutsatz, der dann gut versorgt ist von Pflegebienen. Und nach diesem Brutsatz, also erst im dritten Satz, kommen dann eigentlich langlebige Bienen, die dann den Volksaufbau beginnen. Und ich sage mal, bis Mitte Juli kann man das noch machen. Ist aber auch kritisch. Man weiß nicht, wie der Herbst aussieht. Und das ist einfach dieser Stillstand von den 14 Tagen, drei Wochen. Das möchte ich einfach nicht. In der Zeit gehen auch die Königinnen kleiner, weil sie nicht richtig eingefüttert sind mit Pheromonen. Wenn ich dann mit Behandlung komme, wenn ich mit Futtergaben komme, habe ich immer die Situation, dass ich die Königin in der Zeit auch aufscheuchen kann. Und dann wird sie auch gekneuelt und dann habe ich auch Königinverluste. Beziehungsweise, wenn ich jetzt in diesem Volk, wo ich jetzt auch die Altkönigin rausgenommen habe, oder eben die teilweise auch neue von der Umweiselung her, dann habe ich auch das Problem, dass das Altpheromon noch drin ist. Und wenn ich dann direkt eine neue Königin bringe, selbst wenn es ein Grundschwarm ist, habe ich immer das Problem, dass eventuell da auch, gerade bei so einer hohen Varroa-Problematik, die Annahme eher schlecht ist. Ja, und hier habe ich wirklich eine Situation, wo ich sie nach einer Woche komplett in der Weiselosigkeit habe, in der Nachschaffungssituation habe, wo sie mir, wenn ich die Zellen gebrochen habe, die Königin auch nahezu zu 100% annehmen. Also oftmals ist es wirklich so, dass ich dann die Königin einfach gebe, die Varroa-Behandlung weitermache und einfach auffüttere und sehe dann, wenn das Volk eigentlich mit Bienendruck weitergeht, dann nehme ich oftmals im Frühjahr den Zusatzkäfig aus raus. Also das ist so eine sichere Bank, da mache ich mir oftmals gar nicht die Mühe, nochmal eine Wabe zu ziehen, ob die Königin jetzt wirklich angenommen ist. Weil da gehe ich einfach davon aus und bei den zwei Völkern, wo es nicht funktioniert hat, dann ist es einfach so. Ja, das ist eigentlich das, was ich zu der Geschichte erstmal sagen will. Ich nehme euch jetzt auch nochmal mit, wie die Brutsätze sind. Gucken wir uns noch ein paar Brutwaben auch an, so dass ihr da vielleicht ein Gefühl dafür kriegt, warum es eigentlich jetzt Mitte Juli, eigentlich die Situation ist, wo man wirklich abbrechen sollte, wenn jetzt nicht noch wirklich Spättrachten da sind und der Nektarprozess weitergeht. Das ist eben immer die Situation, wenn jetzt eine Sonnenblume noch dran ist, wo der Strom weitergeht, wo Nektareinflug ist und und und, kompensiert das Volk das jetzt alles noch. Aber wenn die jetzt so in eine Läppertracht reingehen und eher nichts kommt, bei den Bienenmassen, die wir auch in einem Volk drin haben, da sagt sich die Königin, warum soll ich auch jetzt noch Brutstark legen? Also so große Brutsätze machen. Bienenmasse ist genug da, Futterversorgung ist genug da. Ich kann mich eigentlich schon einnehmen. Und das ist jetzt gerade auch durch unsere Vegetation und auch durch die Landwirtschaft, ist es halt so, dass man da jetzt, wie gesagt, jetzt im Mitte Juli teilweise geht es schon los, dass die Goldrute blüht. Also was soll da noch kommen bis zum Winter? Und da müssen wir eben wirklich gucken, dass wir relativ schnell abbrechen, mit Reizfütterung die Völker noch ein bisschen hochziehen. Und dazu ist es gar nicht mal schlecht, wenn ein bisschen Brutmasse oder Bienenmasse auch weggeht, damit die Völker noch mal ein Stück weit Reiz haben, um für den Winter sich wirklich schön aufzubauen. Und wenn man es durch diese Art und Weise macht, dass man die Varroa-Kurve in Kat macht, es geht gar nicht darum, alle Varroen rauszukriegen. Es geht hauptsächlich darum, die Varroa-Kurve, wie wir jetzt hier gerade gesehen haben, die dem Volk schädigt, einfach so weit runterzukriegen, dass man wieder in ein Spiel reinkommt, wo das Volk sich vernünftig für den Winter vorbereiten kann und langlebige Bienen fürs nächste Frühjahr machen kann, um einfach zu überleben. Und dann im nächsten Frühjahr dann auch stark da zu sein. Weil jeder von uns kennt das, auch im Frühjahr, der Raps geht oftmals mit der Obstblüte gleich los. Also im Frühjahr, in langem Volksaufbau, kann sich keiner von uns mehr großartig leisten. Also wir müssen im Frühjahr eigentlich schon so mit sieben, acht Wabenvölkern starten, dass die nach der zweiten Brutperiode eigentlich schon in der Trachtsituation drin sind, wenn wir irgendwo noch im Frühjahr so nicht ernten wollen. Ja, ich denke, jetzt habe ich relativ viel gesagt, habe denke auch rübergebracht, was wichtig ist. Und ja, vielleicht zu der Ablegergeschichte, weil ich habe natürlich mit Leuten auch schon gesprochen, die sagen, ja, da werden es ja jedes Jahr mehr Bienenvölker. Aber ich habe jetzt zum Beispiel die ganzen Ableger im Frühjahr, gut durch meine Geschichte, dass sie mir so viele Völker geklaut haben, habe ich selber viel gebraucht. Aber genau dafür ist es da. Sicherheit fürs Frühjahr, wenn mir selber was einbricht, dass ich ersetzen kann, beziehungsweise glaube ich, können wir im Frühjahr auch alle relativ gut Ableger verkaufen. Aber ich muss eben natürlich gucken im Frühjahr, wenn ich sage ich mal 20, 30 Völker habe, dass ich für die 20, 30 Völker dann eben auch einen Ableger beistehen habe, den ich dann zu dieser Geschichte eben füllen kann, mir eine Sicherheit geben kann und eben in beiden Systemen nochmal einen Druck reinkriege, dass die mir schön Winterbienen machen. und ich denke dann hat man da eine super Basis. Also eine Sicherheit für einen jeden, so dass er eben wirklich nicht von außen irgendwas braucht. Wichtig ist natürlich, dass ich dann natürlich auch hier für diese Geschichte dann eben eine zweite Königin irgendwo in Begattungseinheiten oder Mini Plus zur Reserve habe. Aber das ist ja kein Problem. Wenn man das Mini Plus System hat, man nimmt eine raus, hat vielleicht noch eine übrig, kann da dann zwei Zarken zusammenstellen, ist auch der wieder für den Winter relativ stabil. Das ist natürlich die Geschichte. Ich muss natürlich die Königin dann auch vorhalten. Aber wie gesagt, dieses System für mich eigentlich eine sichere Bank, um die Bienenvölker sauber ins nächste Jahr zu kriegen und vor allen Dingen auch mit einer Güte, die ich so vorher nicht kannte. Gut, das war es eigentlich dazu. Bis später.